Wir sehen uns zusammen immer noch den coolsten Finisher aus Star Wars Jedi Survivor. Heute mal mit besonderen Finishern gegen andere Lichtschwertträger. Und das ist das Letzte. Beim nächsten Mal treten dann endlich die verschiedenen Finisher gegeneinander an, die ihr schon gewählt habt. Deswegen, heute letztes Mal. Let's go! Let's go!